Das Telefonat. Bülow wählt und Sonneborn hebt ab. Kein Blatt vor dem Hörer, Politik ohne Warteschleifen. Ein sehr gutes Brüssel-Berlin-Bashing. Kein Podcast, nur ein Gespräch. Titanic, Martin Sonneborn. Tut mir leid, ich habe mich jahrelang so gemeldet. Als ich bei Titanic war, habe ich die Form der Telefonaktion, des Telefon-Terrors wiederbelebt. Und das ist mir echt in Fleisch und Blut übergenommen, mich so zu melden am Telefon. Guten Tag, Marco. Hallo Martin, ganz schön förmlich. Wie geht's dir? Was macht Brüssel? Vielen Dank der Nachfrage. Ich bin gerade in Straßburg. Das Wetter ist sehr gut, die Sonne schafft. Ich bin heute, nachdem ich 30 Minuten abgestimmt habe, zu Fuß hier in meine kleine Wohnung gelaufen. Ich miete mir mal so ein Airbnb in der Altstadt und bin einfach 50 Minuten zu Fuß gelaufen. Ich musste allerdings zweimal lachen unterwegs, weil ich Radio-Nachrichten gehört habe. Das habe ich mir aufgenommen. Ich will es mal in einer Kolumne oder irgendwo verwenden demnächst. Da hatte sich die Sprecherin, die Osteuropa-Sprecherin der Bundesregierung beklagt, dass das Wort Kriegsmüdigkeit jetzt wieder so reüssieren würde. Das böse Wort Kriegsmüdigkeit. Eine interessante Einschätzung. Ja, dabei setzt man ja auf die Kriegstüchtigkeit von Deutschland endlich mal. Und schon sind wir auch wieder kriegsmüde. Aber du ja nicht. Ich habe die Rede gesehen. Und hast du schon Reaktionen von Agnes Strack, Rheinmetall, wie du sie nennst? Nein, ich habe gestern Abend im Parlament noch eine Rede aufgenommen. Genau, die geht ziemlich gut durchs Netz gerade. Ich habe zwei Themen aufgegriffen, die gerade virulent sind. Das eine ist halt Remigration. Das ist ja Unwort des Jahres geworden. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass wir oder ich habe gefordert, dass wir von der Leyen, die Kommissionspräsidentin auf jeden Fall jetzt remigrieren. Und zwar aufs alten Teil. Und ganz schnell. Denn die zerstört eigentlich die EU immer mehr. Es gibt überhaupt keine Rücksicht auf demokratische Verfahren oder internationale Rechtsgrundsätze, habe ich ihr vorgeworfen. Und treibt die Europäische Union in den wirtschaftlichen, geopolitischen und moralphilosophischen Ruin. Also nichts wie raus mit ihrem Remigration war das eine. Und das zweite war das Verbot der AfD. Das ist ja eine unselige Diskussion, die da gerade tobt. Und dazu habe ich nicht geäußert. Wie stehst du dazu? Ja, ich habe gehört. Also zur Gleichbehandlung dann auch Verbot von Union, SPD, FDP und so weiter. Ja, ich finde es immer schwierig. Also ich weiß, dass man den Kopf abgerissen bekommt. Aber ich befürchte, also wenn diese Partei verboten wird, dann wird sie ja eine neue gründen. Und dann wird es noch mehr Potenzial geben, diese Partei zu wählen. Weil das ist ja genau diese Opferrolle, die sie gerne hat. Und die die anderen Parteien eher auch geben. Und die wird sie ja dann noch viel mehr bekommen. Deswegen befürchte ich, dass alle Gründe, warum die Leute oder viele Gründe, warum die Leute am Ende die AfD wählen, liegen ja eigentlich in der Politik begründet, die diese Regierung und die Regierung davor praktiziert haben. Und das ändert sich ja nicht mit einem Parteiverbot. Also von daher ist es fast konsequent, die anderen Parteien auch zu verbieten. Schwierige Debatte. Aber ich wollte noch was zu Van der Leyen sagen. Ich sage ja immer Van der Leyen. Von daher muss ich auf jeden Fall re-migriert werden. Nee, aber ich habe die jetzt nämlich auch in einem Beitrag von mir, spielte sie mal eine Nebenrolle allerdings nur. Und zwar bin ich auf die Rüstungslobby eingegangen. Und ein Freund von mir, Johannes Kahrs, also mein spezieller Freund im Bundestag, wahrscheinlich der korrupteste Politiker Deutschlands. Jetzt ja nicht mehr. Aber aufgefallen nochmal wegen den Cum-Ex-Skandalen. Der hat nämlich ja so mehrere Rüstungs-Deals ja auch eingefädelt. Und unter anderem ein, der dann auch bekannt und öffentlich geworden ist, wo er so ein paar Korvetten gekauft hat für Deutschland. Wo dann hinterher festgestellt worden ist, die brauchen wir eigentlich gar nicht. 1,5 Milliarden. Und da kam nämlich auch nochmal, das war nämlich zur Zeit noch von Van der Leyen. Und die ist auch nochmal benannt worden. Da gibt es irgendwie einen Spiegelartikel zu. Also musste ich... Wann war das ungefähr? Könnte man die Korvetten vielleicht an Österreich weiterverkaufen? Wann war denn das ungefähr? Johannes Kahrs habe ich natürlich kennengelernt. Wir haben einmal auf dem... Genau, wir haben einmal die Spargelfahrt des Seeheimer Kreises mit der Kamera für die Heute-Show damals begleiten wollen. Und da hat er mich nicht an Bord gelassen. Das weiß ich noch. Geschwommen, oder? Bist du denn nicht so geschwommen dann? Naja, wir haben dann praktisch ein Motorboot gemietet und dieses SPD-Schiff umkreist und gefragt, wer der nächste Kanzlerkandidat wird. Ja, da war er bemerkenswert und souverän. Souverän habe ich ihn aber auch erlebt. Ich habe ihn mal besucht. Wir haben mal eine Serie gedreht für uns eigentlich oder für das aufkommende Internet damals. Hinterbänkler heute. Da haben wir uns die größten oder einfach die dümmsten Abgeordneten rausgesucht, die im Bundestag zu finden waren. Und zwar allein anhand der Bilder im Bundestagshandbuch. Und da ist Johannes Kahrs tatsächlich auch darunter gerutscht irgendwie. Und als wir bei ihm ankamen, ist er dann aber doch sehr resolut gewesen. Wir haben die mit ganz banal und dummen Fragen bombardiert und haben das nachher gemein zusammengeschnitten. Das war extrem lustig. Aber er hat uns sofort dann die Tür voll Nase zusammengeknallt. Also ich kenne ihn auch als resolut. Ja, da ist er nicht. Wann klingt das mit den Brigattenkorps? Nicht wie Amthor. Unten hinterbänkler war er eben nicht, obwohl lange der Name ja überhaupt nicht bekannt war. Aber er ganz viele Strippen in der SPD-Fraktion gezogen hat. Vor allen Dingen in so Haushaltspolitik. Also um das Geld ging, wo es immer auch wichtig ist. Ja, wann war das? Also das ist noch gar nicht so lange her. Und die sind, glaube ich, auch erst ein paar Jahre am Start, diese Schiffe. Und... Nö, die werden eingesetzt werden. Da, wenn wir wieder jedes Rechtsverständnis da um den Jemen herum schippern wollen. Und dort heute, ich habe auf dem Weg Nachrichten aus Berlin gehört. Da ging es eigentlich nur darum, ob die EU praktisch sich den Amerikanern und den Briten anschließt oder ob sie eine eigene Mission starten soll. Das ist lustig, so ganz normale Radioreporterinnen offenbaren da eine Weltsicht und eine Dämmlichkeit, die mich hat fasziniert, ja. Selbst dich noch, ja. Ja, ich fand es ja auch, jetzt als die Außenministerin mal eben schwere Waffen an Saudi-Arabien liefern will, Eurofighter, gab es ja auch kaum eine Diskussion. Also interessant. Also das Land mit den meisten Menschenrechtsverletzungen, mit öffentlichen Hinrichtungen, mit der extremsten Form, also dem Wahhabismus, mit einer aktiven Kriegsführung im Jemen, wo selbst die Große Koalition es geschafft hat, die Waffenlieferung einzustellen, dass dann eine grüne Außenministerin sagt, ja, die kriegen jetzt wieder sogar schwere Waffen. Und hier ist das alles irgendwie relativ normal. Also wenn das andersrum wäre, wäre sofort ja Knecht der Diktaturen wie Saudi-Arabien, Knecht des Wahhabismus oder Knechtin vielleicht, aber nichts davon. Also sehr interessant, wie diese Doppelmoral zur Kenntnis genommen wird. Also ich habe mich gar nicht geäußert dazu. Ich habe nur etwas gepostet, was Bündnis 90 die Grünen im September 2017 ins Netz gesetzt haben. Da haben sie nämlich so einen praktischen Meme. Ein Panzer, einen getarnten Panzer und auf grünem Hintergrund stand oben drüber, mehr Waffen bringen nicht mehr Frieden. Und geschrieben haben sie dazu, der radikale Islam hat eine Wurzel, den Wahhabismus in Saudi-Arabien. Warum liefern wir da Waffen hin? Fragezeichen. Ich beantworten Sie jetzt selbst. Wir wissen auch, wie der Panzer heißt, der auf dem Foto ist bestimmt. Das muss man damals nicht. Ja, ja. Ich habe einfach deren Frage, mir ist nicht mal mehr was eingefallen dazu. Was soll man dazu sagen? Ich habe irgendwo noch gesagt, dass man natürlich nach der Machtübernahme alles vergisst, was man vorher jemals geäußert hat. Das ist klar. Aber ich habe nur dann Hashtag A-G-A-B drüber geschrieben. All Greens are Bastards. Sorry. All Greens are Beautiful. Genau. Man weiß nicht genau, was es heißen soll. Und ja, wie soll man sowas kommentieren, wenn eine Partei wirklich exakt das Gegenteil von dem macht, was sie doch mal B-Kannt hat und R-Kannt hat? Das ist ja schon faszinierend. Ja, vor allem das Verfallsdatum, das von Versprechen und von Aussagen, das ist ja im rasenden Verfall, weil das war ja noch im Wahlkampf, dass sie das ja noch gesagt und gefordert haben. Ja gut, andererseits ist es jetzt auch vier, fünf Jahre her, wenn ich richtig rechne. Das ist natürlich das Gedächtnis von Habeck und Baerbock ist natürlich wesentlich kürzer eigentlich. Das wissen wir. Aber jetzt lass uns nicht nur auf die Grünen umhaken, das machen ja alle. Das ist ja auch mittlerweile schon fast nicht mehr lustig. Sag doch mal was zu den Bauernprotesten, den niedlichen in Deutschland. Das ist ja in Europa doch, ist das doch noch ganz andere Liga, wenn ich gucke, was für Subventionen da fließen. Ja, vor allem sind die Proteste auch eine andere Größe. Wir haben Bilder geteilt von den Bauernprotesten in Brüssel vor zwei, drei Jahren. Da brannte es dann vor dem Europäischen Parlament und da werden die Polizisten, die wirklich, die ist noch eine Nummer härter als die, die bei uns da bei dem Spaziergang für Liebknecht und Luxemburg, wo neulich da Leute doch sehr, sehr brutal bearbeitet wurden von Berliner Polizisten. Die belgische Polizei ist noch eine Nummer härter und die Bauern haben die mit Mist beworfen und Sachen in Brand gesteckt. Also da hätte man je gedacht bei uns Weltuntergang. Also das geht doch alles sehr zivilisiert ab bei uns. Ich muss dazu sagen, ich hasse Bauernproteste. Allerdings erst da gestern. Ich bin nämlich auf dem Weg nach Straßburg von der Autobahn gekommen, ein Stück über Deutschland gefahren und dann auf der gesamten deutschen Strecke bis zur französischen Grenze hatte ich drei Traktoren nebeneinander vor mir. Und ich wusste, ich dachte erst normaler Unfall oder Glätte oder irgendwas. Aber es waren einfach drei Trecker, die mit 30 fuhren. Und lustigerweise gab es kein Konzert. Also der Rückhalt in der Bevölkerung ist ja relativ groß. Das merken jetzt die Medien auch langsam. Mein Gott, was wurden die Bauern verteufelt und verrechtsradikalisiert. Und da am Anfang. Ja, ich unterstütze das natürlich. Kann sein, dass da auch irgendwo Großbetriebe betroffen sind. Oder dass es da auch um Gelder geht, die die großen Agrarfabriken da in Ostdeutschland überwiegend angesiedelt jetzt weniger beziehen. Aber es gibt natürlich einen Trend und auch der ist in der ganzen EU zu spüren. Gegen kleine Einheiten, gegen kleine Wirtschaftseinheiten, gegen kleine Bauernhöfe. Aber gibt es diesen Trend nicht seit 20 Jahren? Und ist dieses Wachse oder Weiche nicht eine neoliberale Politik, die gerade die CDU mitgemacht hat, die fast alle Landwirtschaftsminister gestellt hat? Und wo ich mich erinnern kann, wenn wir jetzt wieder in Europa sind, dass die französischen Bauern da auch schon länger protestieren und sich dagegen wehren. Aber in Deutschland, der Bauernverband, der alles dominiert, da immer stillgehalten hat. Und auf einmal ist es zu viel. Also wer oder wer? Wo sind denn die ganzen Traktoren, wenn es um Mercusor und die ganzen Handelsabkommen gibt, die ja auch für unsere Bauern nicht gerade eine tolle Aussicht versprechen? Wo sind denn da die Proteste? Das frage ich mich immer. Es geht gar nicht darum, dass ich sage, ihr habt vielleicht sogar recht. Aber wo waren denn die Proteste sonst immer? Ich glaube halt, dass die Bauernlobby eigentlich gar keine Bauernlobby ist, sondern es ist eine Lobby von Großgrundbesitzern und von irgendwelchen Chemie- und Agrokonzernen und nicht mehr für die kleinen Bauern da. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich habe mich für Bauern nie interessiert. Wir hatten ein Wahlplakat in der gesamten Geschichte der Partei, das ich auf Bauern bezog. Da stand einfach nur die Partei für Akademiker und Bauern mit Niveau. Und da ich dachte, es gibt nicht so viele Bauern mit Niveau, also wir haben die Wahlergebnisse in diesen Kreisen, haben wir uns für Bauern nie interessiert. Aber ich sehe das jetzt im Zusammenhang. Ich habe neulich Sarah Wiener mal interviewt für den Bericht aus Brüssel, den wir da auf YouTube alle paar Wochen oder Monate mal ins Netz stellen. Und die hat mir halt aus ihrem Bereich berichtet, dass die Großkonzerne jetzt massiv daran arbeiten, dass wir uns ernähren von produziertem Fleisch, das unter ekelhaftesten Bedingungen übrigens hergestellt wird, wie sie berichtete. Das wächst nicht einfach oder bevor es halt irgendwo aus dem 3D-Drucker kommt, muss es so in der Flüssigkeit, in der Kälber, in den Blasen, bevor sie geboren werden, da in den Mütterleibern herumschwimmen und sich entwickeln. Das ist zum Beispiel eine Nährflüssigkeit für das Zeug, das wir dann nachher essen. Und die Kälber und die Kühe, weiß ich nicht, aber die Kälber müssen auch getötet werden dafür. Alles unappetitlich. Und ich hatte so das Gefühl, dass es geht viel in die Richtung Großkonzerne produzieren aus Dreck, nämlich aus Insekten, die ja jetzt auch in der EU zugelassen worden sind. Warum lässt eine EU Insekten zu, dass man sie bei uns ins Essen mischen kann? Das kann ja nur einen ökonomischen Hintergrund haben. Und auf der anderen Seite sehe ich halt, dass in Irland Kühe umgebracht werden, weil sie CO2 produzieren oder Methangas. Es gibt viele kleine Informationen, wenn man die zusammen sich denkt, dann sieht man, dass die großen Betriebe offensichtlich nicht den Plan haben, uns mit glücklichen Rindern auf der Weide zu versorgen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Nee, das sowieso nicht. Und das ist eher sogar auch, also das Interessante ist ja, dass die Qualität in unserer Profitgesellschaft von vielen Sachen sinkt. Lustiger Begriff übrigens, den wir jetzt im Podcast Lobbyland besprochen haben. Kennst du den Begriff Skimflation? Hört sich lustig an. Skimflation ist irgendwie ein Begriff, der jetzt hochgekommen ist. Den gibt es zwar schon länger, aber es ist praktisch sowas wie Einsparen und Inflation gemischt. Und das sagt, dass praktisch bestimmte Wertstoffe, bestimmte Produkte, vor allem im Nahrungsmittelbereich, einfach billiger hergestellt werden mit minderwertigeren Produkten. Und dann aber mit dem gleichen Label verkauft werden. Und damit man Geld spart und muss dann sozusagen nicht nur das Nahrungsmittel verteuern. Das machen sie aber auch. Also so eine Art kleine Täuschung. Und das machen jetzt irgendwie immer mehr. Das ist aber nichts Neues, ne? Nichts Neues, nee. Aber es wird jetzt verstärkt gemacht. Von großen Konzernen, dass die weniger, also sehe ich, hatten weniger Kakaobestandteile oder weniger Qualitätsbestandteile, als die in Westeuropa verkauft wurden. Entschuldigung. Aber da muss man ja mal schlucken. Ich bin ja so ein großer Nogga-Freund. Ich habe das ja schon in den 80er Jahren gerne gegessen. Und leider ist das Nogga von heute nicht mehr das Nogga der 80er. Ich finde es da doch ein bisschen schade. Ach komm. Vielleicht sind deine Geschmacksnerven auch ruiniert nach 20 Jahren. Die wären ja sowieso schlecht, da habe ich gehört. Einfach ein bisschen mehr Zucker rein, dann geht das schon wieder. Das ist günstig. Und gut, den Gesundheitsfaktor sprechen wir dann mal nicht. Marco, vorhin nochmal am Anfang, wir haben kurz über die AfD gesprochen. Ich hatte ja praktisch einen Vorschlag gemacht, um darauf nochmal zurückzukommen. Also ich habe gesagt, natürlich bin ich für ein AfD-Verbot. Denn es sind ja jetzt alle dafür, Medien und Politik. Aber wenn, dann müsste man einfach zur Pflege der Demokratie. Die CDU mit verbieten, die Grünen, die SPD, die CSU und die FDP. Da habe ich dann auch eben Baustrack-Rheinmetall explizit erwähnt. Bei mir die sehr negativ aufgefallen war. Aber es ist ja doch so, dass die Regierung zurzeit eine Politik, jetzt glaube ich, es ist die unbeliebteste Regierung seit der deutschen Reichsregierung von, sagen wir mal, Winter 1944, vermute ich. Und ich denke mir, wenn die nicht in der Lage sind, wirklich eine andere Politik zu machen, dann können sie sich nicht retten, indem sie in einer Demokratie wirklich nicht angebracht anfangen, Parteien zu verbieten. Gibt es aber in anderen Ländern auch. Wir wissen, dass Mélenchon natürlich in Frankreich auch dieselbe Diskussion am Hals hatte auf der linken Seite. Also das ist einfach ein Mittel, das verwandt wird. Natürlich auch, um Diskussionen zu lenken, vermute ich. Denn wer über ein AfD-Verbot diskutiert, diskutiert nicht über die Ampelpolitik. Und er diskutiert auch nicht darüber, warum die AfD so viele Stimmen bekommt. Also virtuell bis jetzt ja nur. Aber warum sie in den Umfragen so dasteht, weil das wird ja meistens nicht diskutiert oder nur einfache Lösungen gebracht. Aber man tut ja so, als wenn der Anteil der Rechtsextremen in Deutschland sich jetzt gerade mal vervier, verfünffacht hat in wenigen Jahren. Und das wage ich ja zu bezweifeln. Das heißt, es ist ja immer schön einfach, eine einfache Lösung zu präsentieren. Weil da muss man ja nicht über die wirklichen Verfehlungen reden und das Schuldbekenntnis, was auch andere daran tragen. Das ist immer schön einfach, finde ich, mit so einem Verbot. Ja, ich war eigentlich davon ausgegangen, dass die Menschen das wissen, dass die Ampelpolitik eigentlich der Grund ist dafür, dass es so viele sind, ja unzufriedene. Wir wissen ja, das ist, was sich 10 oder 15 Prozent mit Recht im Hintergrund gibt in Deutschland. Das ist ungefähr so viel, wie die Grünen wählen. Die haben also auf der anderen Seite auch ihr festes, radikales Potenzial. Und ja, ich meine, ich bin mal gespannt und würde gerne wissen, was du jetzt beim Bündnis Wagenknecht, du bist nicht dabei, nehme ich an. Wir hatten zwar eine Doppelmitgliedschaft in Parteien, in unserer Partei lange geduldet, weil wir viele Piraten hatten und auch Leute, die sich gedacht haben, wenn die SPD nicht so gut läuft, gehen sie in die Partei oder so. Aber ich glaube, wir haben jetzt nur noch, man darf bei uns nicht mehr doppelte Mitgliedschaften. Wie sieht denn das aus? Sonst hätte ich ja Fabio gefragt, ob er nicht doch aus der Partei kommen möchte. Ja gut, bei Wagenknecht kann er natürlich den Platz 1 haben. Bei uns hätte er nur den Platz 3 bekommen. Wir können nachher nochmal über die Aufstellung der EU-Liste der Partei sprechen, wie in dieser Wahl. Ja, gerne. Aber glaubst du, dass denn das Bündnis Wagenknecht in Deutschland jetzt, sagen wir mal, so viele Protestwähler auf sich ziehen kann, dass die AfD wieder da ist, wo sie hingehört von ihren Prozenten her? Ja, so viel und so schnell vielleicht nicht. Aber ich glaube schon, dass, also erstens gibt es einen Platz für diese Partei. Das ist ganz klar. Und ich bin froh, dass diese Lose-Lose-Situation in der Linken irgendwie aufhört. Ich glaube, dass da zwei Parteien durchaus mit reinpassen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Potenzial da ist, der AfD auch Stimmen wegzunehmen. Aber ich glaube, auch CDU und SPD müssen sich da doch ein bisschen warm anziehen. Auch da gibt es deutliches Potenzial. Also hier im Ruhrgebiet kenne ich genug auch Sozen, die durchaus da liebäugeln. Also da werden wir sehen, wie viel da an Potenzial da ist. Aber generell muss man sagen, wenn man sich auch andere europäische Länder anguckt, ist der Bereich da, den die BSW ausfüllt. Nee, ich bin da nicht. Ich will auch die Doppelmitgliedschaft da nicht in Anspruch nehmen. Also wir werden sehen. Ich finde es auf jeden Fall schlimm, dass dann gleich irgendwie alles verteufelt wird und interessanterweise dann auch wieder von anderen Dingen abgelenkt wird. Und auch Leute wie Fabio Di Masi, mit dem, wir haben dich ja besucht im Dezember. Und ich finde ja, wo man viele Übereinstimmungen findet, dann sofort auch verteufelt wird. Und alles das, was er vorher gemacht hat, wofür er steht, irgendwie dann vergessen wird. Ich finde das immer sehr krass, wie so Reaktionen ausfallen. Aber vielleicht... Glaubst du, dass dem das nahe geht? Ich sehe das nur auf Twitter. Viele Idioten natürlich, die jetzt schreiben Putin-Knecht. Ja, ein bisschen schon. Also ich glaube, da wird sich fast niemand von frei sprechen. Ich habe ja auch gesehen, dass er reagiert hat. Auch bei Bitter X, wie auch immer auch einige. Vielleicht muss man das einfach komplett an sich abprallen lassen. Vor allen Dingen, weil davon wirklich 90 Prozent sich überhaupt nicht inhaltlich sachlich auseinandergesetzt haben. Das kann man ja durchaus tun. Ich habe auch meine Punkte, wo ich mich da mal abarbeiten möchte. Aber diese pauschale Dämonisierung finde ich schon teilweise krass. Also ich würde den Schritt nicht gehen. Und davon natürlich nicht vergessen, dass... Wir nennen es einfach Twitter. Das steht ja noch auf meinem Computer, über den wir aufzeichnen. Es ist halt Twitter, es hat mit der realen Welt nicht viel zu tun. Es gibt viele Leute, die beruflich oder was weiß ich, weil sie irgendein psychisches Problem haben, sich bei Twitter auslassen oder weil sie zu viel Tagesfreizeit haben. Oder halt, weil sie beruflich engagiert sind. Es sind ja sehr viele Leute dort, die auch praktisch jetzt sich an allen möglichen Dingen abarbeiten. Und man darf das wirklich nicht ernst nehmen. Ich merke das auch... Ich bin immer froh, dass ich... Ich bin ja viel im Netz, aber ich bin halt auch auf Lesereisen. Gehe jetzt mit dem neuen Brüssel-Buch, das am 8. Februar rauskommt, sehr viel auf Lesereise. Und wenn ich auf der Bühne bin, merke ich immer, dass die Leute eine absolut andere Sicht der Dinge haben, als Politik und Medien und Twitter das vermitteln. Das stimmt, das ist schon eine bestimmte Blase. Nur ein bisschen ist mir aufgefallen, das waren jetzt nicht nur Bots und irgendwelche Trolle. Da steckt schon ein bisschen was anders hinter. Und ich habe insgesamt schon das Gefühl, aber natürlich ist es ein Unterschied real als dann da, dass wir immer mehr Beschallung haben. Also entweder kriegt man Bestätigung für die eigene Position oder man reagiert mit Beschallung. Also wo man gar nicht will, dass der andere was darauf sagt, sondern einfach, wo man seinen Mist loswerden will. So wie man auch nur noch von der Regierung beschallt wird und die auch nicht will, dass man was dazu sagt und mit einem sprechen will, so ist die Kommunikation jetzt irgendwie insgesamt. Also man wird bestätigt oder man reagiert mit Wut oder mit einer Beschallung und nicht mehr mit einer wirklichen Auseinandersetzung, weil das ist so wenig inhaltlich. Also das ist, wie gesagt, man kann ja Punkte haben, wo man auch die BSW oder einzelne Leute dort kritisiert und das ist vielleicht auch angebracht und das ist eigentlich bei jeder Partei notwendig, aber es ist eigentlich nur noch Hate. Und das führt ja keinen Schritt weiter und das wird ja auch nicht die Leute abschrecken, die da mitmachen wollen. Also ich weiß nicht, wenn man eine wirkliche Auseinandersetzung haben will um die besseren Themen, dann führt das zu nichts. Das hat ja auch bei der AfD ja zum Gegenteil geführt. Die Dämonisierung hat ja dazu geführt, dass sie eigentlich immer stärker werden und dass sie eine Opferrolle eingenommen haben und Opfer stehen gerade hoch im Kurs bei vielen Leuten. Also finde ich, ist das auch eine ganz falsche Taktik. Aber gut, das sind wir am Rande. Ich sehe gerade schon, wir müssen uns mehr dämonisieren lassen als Partei. Ja, also wenn du Thema bist und Opfer werden kannst, dann ist das eigentlich immer hilfreich. Also brauchen wir noch ein paar, das wollte ich nicht mehr nur mal fragen, noch einmal kurz auf die Klage in Berlin einzugehen, vielleicht zum Schluss. Oder willst du lieber über die Liste in Europa sprechen? Aber wir können beides noch machen. Ja, die Liste, mir ist jetzt nochmal offen, wir haben jetzt eine neue Liste aufgestellt für die Europawahl am 9. Juni. Neben mir steht an der Spitze Sibylle Berg. Darüber freue ich mich sehr. Ich habe, wenn ich mal den Spiegel im Netz gelesen habe, eigentlich nur ihre Kolumne gelesen, weil das eine schöne analytische Kapitalismuskritik ist. Und ich habe sie dann ein bisschen kennengelernt. Er hat ja über die EU auch geschrieben. Eine Analyse hat praktisch in ihren Büchern die EU zerschlagen und arbeitet an einer Vision, was danach kommen könnte. Und sie ist auch schön zum Sarkasmus und Zynismus fähig. Ich hoffe, dass wir jetzt zu zweit einziehen. Und das könnte nochmal eine ganz neue Qualität in der nächsten Legislatur geben. Und sonst haben wir keine großen Späße. Auf dem Wahlzettel hinter uns kommt auch eine Gruppe Wagner. Wir haben einfach alle Wagners, die wir in der Partei hatten, die Lust hatten, sich aufstellen zu lassen, aufgestellt. Gruppe Wagner ist immer ein Machtfaktor. Und kann man vielleicht mal ausspielen. Aber mir ist nochmal aufgefallen, wir sind ja oft früh dran mit unseren Analysen und unseren Witzen. Ja, wie bezeichnet eigentlich die letzte EU-Liste war, die wir aufgestellt haben vor fünf Jahren. Und wir hatten vorne Bombe und Krieg, hinter mir Bombe und Krieg. Und dann Bormann, Eichmann, Keitel, Hess. Und ich weiß noch, die Pressekonferenz damals, als Nico Semser und ich die Liste vorgestellt haben. Der Zeitpunkt aus, ne? Ja, und den Leuten erklärt haben, dass es so eine wahnsinnige Militarisierung gibt in der EU und dass sie darauf aufmerksam machen wollen. Aber das hat damals niemanden interessiert. Naja, das ist die EU-Liste. Ich sollte noch Käthe-Käbstadt erwähnen, auf Platz drei. Auch wenn ich da ja vielleicht meine Mitmoderatorin verlieren werde von meinem Lobbyland-Podcast. Das wäre natürlich schade. Ich habe noch kagessfrei Zeit. Ich würde mich freuen, Eingegross wäre natürlich noch besser. Und es kommt dann auch noch Max Aschenbach aus Dresden. Man wäre wahrscheinlich der Einzige, der barfuß geht hier im Parlament. Und dahinter steht Marc Benecker. Aber der hat mir schon, also es dürfen uns auch nicht zu viele Leute wählen, der hat mir schon gesagt, dass er nur auf die Liste will, wenn er absolut nicht nach Brüssel gehen muss. Der hat so viele Termine, dass er das nicht schaffen würde. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man Tagesfreizeit hat hier. Also ihr könnt zweimal am Tag vertreten. Gut, dann bin ich beruhigt. Dann mache ich auch Wahlkampf. Genau, und die Klage in Berlin. Ja, wir sind dabei, Klage einzureichen. Und zwar gibt es einen Berliner Immobilienunternehmer, Christoph Grönhardt heißt er. Es ist einer der größten Immobilienfritzen im Lande. Und der hat im Jahr 2020 an den Berliner Landesverband der CDU 820 Millionen Euro gespendet. Und hat also eine wahnsinnige Summe. Landesverband oder Stadt eigentlich, wenn man so will. Ja, und das war jedenfalls, hat er klugerweise ein Jahr später im Deutschlandfunk ausgeplaudert, dass er auch drei Bedingungen verknüpft hat mit dieser Spende. Eine war halt, wenn das Verfassungsgericht den Berliner Mietendeckel da nicht abschafft, dann müsste die CDU ihn zumindest modifizieren, wenn sie an der Regierung ist. Und damit ist das eine hoch illegale Erwartungsspende, wenn man erklärt, dass man Erwartungen damit verknüpft und Abmachungen hat. Und die Bundestagsverwaltung ist dann von Lobbykontroll aufgefordert worden, das doch bitte mal zu überprüfen. Dann hat sie überprüft, hat festgestellt, alles in Ordnung. Die selbe Bundestagsverwaltung, die uns bis vor das Bundesverwaltungsgericht getrieben hat. Schäufe, es ist nicht schade, um ihn, wenn ich das an dieser Stelle mal so pietätlos anmerken darf, ein relativ großer Schurke. Ich habe einen Nachruf auf ihn ins Netz gestellt, war, glaube ich, der einzig ehrliche Nachricht. Und der hat uns ja bis vor das Bundesverwaltungsgericht getrieben mit der Bundestagsverwaltung, weil wir mal Geld verkauft haben. Und das war eine absolut saubere Aktion, in der wir nur auf die unsaubere Parteienfinanzierung aufmerksam gemacht haben, auf die Millionen, die sich die verfickte AfD aus der Parteienfinanzierung über ihren Goldverkauf damals generiert hat. Und also diese Bundestagsverwaltung, die uns mit einer existenzbedrohenden 500.000-Euro-Klage, alles Gerichtskosten und Strafzahlungen, alles überzogen hat, diese Bundesverwaltung sagt zur CDU, alles okay, kein Problem. Und jetzt ist es so, dass niemand dagegen klagen kann, außer einer Partei, die ebenfalls an der Parteienfinanzierung teilnimmt. Wir haben lange nachgedacht, dann sind wir auf uns selbst gekommen. Und dann haben wir mit der Düsseldorfer Professorin Dr. Sophie Schönberger eine Klage aufgesetzt und haben jetzt die Bundestagsverwaltung gebeten, sich nochmal Gedanken über den Fall zu machen und angekündigt, dass wir klagen werden, ich glaube, vor dem Verfassungsgericht. Und das Lustige daran ist, dass man, wenn man beim Schummeln erwischt wird, in der äußerst unseriösen deutschen Parteienfinanzierung, man wird kaum erwischt. Wenn man dabei erwischt wird, muss man das Dreifache der inkriminierten Summe als Strafe zurückzahlen. Das heißt, 820.000 mal 3 sind knapp 2,5 Millionen plus Gerichtskosten und dies und jenes. Und ich freue mich sehr, dass der CDU in diesem Jahr dann 2,5 Millionen weniger zur Verfügung stehen. Wenn wir den EU-Wahlkampf ziehen, werden wir wahrscheinlich die einzigen sein, die überhaupt Plakate aufhängen, die Geld für Plakate haben. Die SPD hat der CDU ja so schon geholfen, bei der Wahl. Also die werden wahrscheinlich auch mit Geld dann nochmal aushelfen. Also wahrscheinlich wird die Giffey das aus ihrer eigenen Kasse bezahlen. Aber nee, die ist bis dahin ja nicht mehr. Aber Marco, ein Satz noch zu Scholz. Also ich dachte ja immer früher, du übertreibst ein bisschen, wenn du sagst, er hat keinen Plan und der will einfach nur Kanzler sein und hat sich wahrscheinlich gar nicht so recht Gedanken gemacht, was er dann da machen soll oder muss. Ich bin jetzt, ich sehe immer, das ist, es wechselt immer. Das ist ganz ambivalent. Wo jetzt Merz gesagt hat, er fordert die Regierung auf, Tauos Marschflugkörper an die Ukrainer zu liefern, damit die da die Krimbrücke in die Luft schießen können. Und er angekündigt hat, dass sie praktisch, also die CDU fordert ja eine weitere Eskalation da. Da ist mir Scholz dann doch wieder lieber als etwas retardierendes und unglücklich agierendes, aber zumindest nicht eskalierendes Moment. Wie findest du den und wie lange gibst du ihn noch? Fangen wir mal mit dem Einfachen an. Also ich halte immer nichts von diesem Ende der Koalition und hält nicht und so weiter. Haben wir jede große Koalition, haben wir das geführt, diese Diskussion. Und genau immer zur Mitte, besonders stark. Das ist immer eine hohe Spekulation, damit man es wieder ein bisschen spannender macht und auch die Parteien nochmal klarziehen wollen, dass sie es eigentlich gar nicht so gut finden in der Koalition. Also das kenne ich, dieses Spielchen. Da glaube ich nicht ganz dran. Ich muss aber einen kleinen Haken machen. Bei Lindner bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Der ist, obwohl er seine eigene Existenz dann auch beerdigt, aber der wird ja bei den Lobbys gut unterkommen. Hat ja selbst beim Bauernverband nochmal eine Bewerbungsrede gehalten, wo ich nicht wusste, ist das eine Bewerbungsrede für die Mitgliedschaft bei der AfD oder für die Mitgliedschaft beim Bauernverband. Das war mir nicht so ganz klar. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob der nicht irgendwann eskaliert. Aber grundsätzlich glaube ich, die machen bis zum Ende weiter. Aber dann ist es vorbei. Also das war dann die Kanzlerschaft von Scholz, war das dann auch. Der ist ja eigentlich durch einen Zufall an die Regierung gekommen und nicht, weil die Leute alle so erpicht waren, die SPD und Scholz zu wählen, sondern einfach, weil es das erste Mal in der Geschichte waren, dass eigentlich die Grünen da standen und sich mit der CDU gebasht haben. Und als sich alle auf die beiden konzentriert haben und sich die, also beide dann so angeschossen worden sind und Laschet einfach so eine schlechte Figur gemacht hat, dass am Ende fast nichts anderes übrig blieb. Nee, also länger als diese Zeit gibt es nicht. Ja, von Scholz, egal was er sonst wie sagt, halte ich gar nichts. Ich kenne den schon lange. Das war der schlechteste Generalsekretär, den die SPD jemals hatte, der Scholz-O-Mat. Und da hat er sich nicht weiterentwickelt. Der hatte ein paar ganz gute Berater, muss man sagen. Einer ist ja mit ins Kanzleramt gezogen. Aber auch die haben sich immer mehr ins Aus geschossen. Und deswegen ist das eine ganz schwierige Lage. Also wenn ich mir auswählen könnte, dann hätte ich gerne Mütze nicht, der ihn beerbt. Und das wäre ein Kanzler, den ich akzeptieren würde. Aber da sie Pistorius jetzt ins Feld ziehen, da bin ich mir dann auch schon nicht mehr sicher. Also wenn ich schon anfange, Olaf Scholz zu unterstützen, dann muss schon viel passieren. Aber wenn man jetzt Pistorius haben möchte, dann ist auch bei mir die Grenze erreicht, wo ich noch was zu Scholz sagen werde. Weil auch wenn ich ihn wirklich für schlecht halte und Cum-Ex bestätigt das alles, es gibt immer noch Schlimmere. Ja, das muss uns bewusst sein. Und wie groß ist die Chance, dass Pistorius, ich lese es nur Spekulationen, dass Scholz praktisch jetzt nicht mehr zu vermitteln ist, Pistorius jetzt noch ein bisschen den harten Mann da gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie diese Umfragen wirklich ernstzunehmen sind, die ihn schätzen. Aus einer Brücke kann eigentlich nichts werden. Aber der wird halt hochgeschrieben. Und das ist halt immer gefährlich, weil die SPD hat immer den aufgestellt als Kanzlerkandidaten, deren meist, also meistens der konservativste, der von den Medien, also der Mehrheit der Medien hochgeschrieben wurde. Das war Steinbrück, das war Steinmeier und so weiter. Und das ist immer gefährlich. Deswegen, ich traue diesen Umfragen ja auch überhaupt nicht. Es wird ja auch ganz viele nicht gefragt, also nach bestimmten Leuten nicht gefragt. Und manche werden gehypt. Pistorius wird gehypt. Also es ist natürlich einfach auch eine schöne Mediensache. Aber in der SPD zeigt es Wirkung, weil auch Pistorius fängt ja an zu sticheln gegen Scholz. Das finde ich auch schon interessant. Also es zeigt Wirkung. Und nichts ist umsonst hat ja der General, nee, jetzt Parteivorsitzende der SPD, Scholz im Alleingang schon zum nächsten Kanzlerkandidaten erklärt. Finde ich schon sehr gewagt. Das würde ich mal bezweifeln, ob das klappt. Aber Pistorius wird nicht Scholz in dieser Legislatur ablösen. Also wenn überhaupt, dann wird Lindner, hat ja immer so den Zeitpunkt, wo man abspringt, erkannt. Das hat er ja damals gemacht. Der war ja schon mal, das wissen die meisten gar nicht, an der schlechtesten FDP-Beteiligung einer Regierung dran, als Rösler. Der Name ist nicht mehr bekannt. Und da ist ja der Einzige, der da rechtzeitig abgesprungen ist, war damals Lindner. Deswegen konnte er diese Karriere noch mal wiederholen, obwohl er ja da an allen beteiligt war. Und ich glaube, sowas könnte jetzt wieder passieren. Trotzdem glaube ich, der hält auch bis zum Ende durch. Aber dann werden wir ganz neue Gesichter an der Regierung sehen. Und Merz wird da nicht das schönste Gesicht sein. Das sage ich noch ganz klar. Ja, aber das Sauerland, ich muss ja sagen, das Sauerland muss endlich wieder vertreten sein. Ich wohne ja nicht so weit weg und fahre da ja gerne auch mal mit dem Rad hin, in den abgeholzten Bereich, wo auch nicht mehr viel Wald steht, weil die ganzen Fichten ja kaputt sind. Aber sonst ein schönes Land. Ja, ja. Ich kenne die Geschichten, wie Merz da mit seinem Mofa durchgibt. Mit seiner Halbstark. Mit langen Haaren und ohne Helm hat er, glaube ich, der Kürz hat mir erzählt damals. Und die Zeit hat dann lustigerweise ein Schulkameraden von ihm aufgetan. Und der hat gesagt, lange Haare, keine Chance. Das hätte sein Alter gar nicht erlaubt. Ich glaube... Der hat das ja ganz gesittet. Ja, also die Gang, mit der wäre ich nicht gerne durch die Gegend gezogen, ehrlich gesagt. Und zwar nicht, weil ich Angst hätte, dass ich so viele schlimme Dinge gemacht habe. Das ist hart und nicht lang genug, um mit dem Merz auf dem Mofa irgendwo herum zu düsen. Zum Schluss kann ich noch vermelden, dass in Morsen, Regensburg? Nein, das war in Bayern irgendwann. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, genau in Rosenheim, musste ein Altar in einer Kirche neu gesegnet werden, weil ein Paar Geschlechterverkehr auf dem Altar hatte. Wahrscheinlich während der Messe, sondern vorher oder hinterher. Ich habe es nicht genau nachgelesen, aber ich habe mir gesagt, wahrscheinlich musste der Altar neu gesegnet werden, weil kein Pfarrer oder Ministrant involviert war bei diesem Geschlechterverkehr auf dem Altar. Damit schließe ich. Ich muss ja Abstimmungen vorbereiten für morgen und viele Grüße aus Straßburg. Ja, viele Grüße aus Dorn und alles gut. Dortmund, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, gut, dass ich es jetzt erst gesagt habe.